So ein schöner Tag. Wie oft sind wir hier mit dem Fahrrad gefahren, die Strasse hat. Und wo es noch einmal gekehrt war, weisst du das noch? Ja, ja, das weiss ich schon noch. Und stockdunkel in der Nacht, heimgefahren. Darum haben wir müssen auch rein, wenn es dunkel war. Wegen dem Bullenmach. Da war das ganze Gebet war wiesig. Kein Haus drauf. Das Dreieck war schon immer, aber das war alles wiesig. Alles noch unbebaut. Fahrst du unter um? Ja. Ja. Das Haus ist immer noch gleich. Manches hat sich überhaupt nicht verändert. Ja, ja. Holzwaren, Fabrik. Ups. Da hinten rein haben die Einmaltshaus reingebaut. Guck mal, da dazwischen durch. Ja, das gelbe. Da hinten. Fahr mal langsam. Ja, schöne Musik. Ja, sehr schön. Das ist die Reifeisenbank. Hallo? Ich bin noch unterwegs. Ja. Ja. Du, ich bin in einer halben Stunde daheim. Dann ruf ich dich zurück. Ist das okay? Das ist der Simon. Oder hast du einen Termin? Ah ja, aha. Ah ja, gut. Du dann rufst einfach dann heute Abend nochmal, wenn du Zeit hast. Und dann ruf ich dich dann an. Oder läsche es kurz an. Ja, oder sag mal ein bisschen im Zimmer. So. Okay. Ja. Okay. Dann ruf ich dich dann an. Ja. Also bis dann. Tschüss. Sein erster Tag auf der Küche. Ja, ja. Ja, er hat noch einen Termin, dann... Ups. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Reg dich ab, mei. Wie sich da manche aufregen können. Ja, ja. Zum Todlachen. Meine Güte. Mir gehört die Straße. Viertel nach sechs, halb sieben, soll ich anbieten. Aha. Viertel nach vier hat er nochmal einen Termin und dazwischen geht er jetzt Kaffee trinken. Ah. Ich habe das schon mal sehr. Der lässt es sich jetzt gut gehen. Jawohl. Ich gönne es ihm. Ja, das hat er auch verdient. Ich gönne es ihm, ja. Das wird ihm gut tun. Mir auch. Ja. Ah. 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 Ah.